Hallo, Maggi-Film, uhuuu! Ich bin ein Maggi-Tür, ein Maggi-Tür, in meine Suppe kommt Maggi rein. Ich bin ein Maggi-Tür, ein Maggi-Tür, und dann mach ich alles mit Maggi rein. Ich kaufe immer wieder ein, das ist wirklich wahr, mein Maggi-Gewürz, mein Maggi-Gewürz, mein Maggi-Gewürz. Dann bin ich immer in der Küche, das ist wirklich wahr, das ist doch dann so wunderbar. Und dann hole ich das Gewürz raus und koche, ja. Immer wieder hole ich ein Rezept vom Maggi, und dann bin ich immer froh und glücklich. Dann mach ich und koche meine Nudeln, ja, mit Maggi-Gewürz, hurra. Dann tue ich auch mal Butter rein, das ist wirklich wahr, ich bin nämlich immer am Kochen, das ist wahr. Ich bin nämlich der Chefkochen, hurra. Dann bin ich wieder hier, in mein Revier, dann trinke ich noch eine Flasche Wein dazu hier, und dann komm ich immer für dich ein. Ich bin der Magi, ich bin der Magi-Typ, hurra. Ich bin der Magi-Typ, hurra. Und ohne mein Maggi komm ich gar nicht aus. Und dann mach ich sogar im Fernsehen meine Werbung mit meiner Gitarre hier dazu. Ich bin der Magi-Typ, hurra. Ich bin der Magi-Typ, hurra. Ich bin der Magi-Typ, und mache meine Suppe. Ich bin der Magi-Typ, ich bin der Magi-Typ, und mache meine Suppe. Und wenn meine Frau nach Hause kommt von der Arbeit, dann sagt sie noch, wo bleibt die Suppe, wo bleibt das Goulasch, danke, sagt sie zu mir. Oh, mein Hobby ist mein Kopf mit Magi und Gewürz. Koche ich immer und mache Werbung im Fernsehen. Untertitelung des ZDF, 2020